Bitte, wir zeigen uns auf der Auflage, ja, so sieht man nur in den Maxx und dann kommt es einfach mal wieder auf. Jāteh, hier ist ein interessanter Eipon. Eipon zwei Kärne, Teeh... Ja, PWE, J Hole, Eipon... Vieles ein interessanter Strafthekton. Und März der Kwarne? Ja, isch da... Ja, ist da. Hä? Ja, das... Man hört auf die richtig klinische Aron.